so jetzt hast du ein bisschen bauch weh oder was mein bäuchlein ich habe nur jeden knochen gebrochen aber mein bäuchlein kann ich mich auch nicht festhalten also muss ich hier lang wir haben auch ein lager so ausweichkonter alles klar ich weiß nur dass sie diese männer getötet haben und sie würden sicher nicht zögern mich auch zu töten alternativer feuer modus größerer reichweite ok und ich muss sie zurückholen sie verlässt sich auf sie verlässt sich auf höhterschein hört sich immer gut an so gab es hier noch irgendwas anderes kann man nicht bewegen jetzt kann ich es nö sieht nicht so aus außer dass ich hier einmal das ganze schön anfackeln kann könnte jetzt darüber springen wie es aussieht aber wozu wenn man auch erstmal das hier machen kann jedes mal wenn ich diese blöde fackel in der hand habe denke ich einfach nicht da dran dass ich vorher wieder auf den bogen wechseln muss wo sind die hier unten wo um Himmels willen sind die Typen und die über mir ok ich könnte einmal über diese balken dort rüber aber was ist noch da vorne ist doch so eine hütte hier komme ich da drauf komme ich da rüber vielleicht von hier aus da rüber würde ich das so machen müssen so ich gehe jetzt nochmal hier lang und sprung dann auf diesen balken dort und sprung dann auf diesen balken dort ich gehe auf den aber auch schon hier guck mal nochmal wie ist denn irgendwo ach da unten guck mal an alles klar aber sind die schon mal kaputt ich gehe auf den balken dort haben wir den weg schon mal ein bisschen freier gemacht jetzt muss ich sowieso hier runter guck mal ich will nochmal ganz kurz hier lang wenn hier geht es mir umsonst noch zu fackeln kann man irgendwas schönes machen erstmal kann man sich das Zeug holen so dann kann man die hier anzünden jetzt kann man die da dran ziehen und dann kann man die auch da dran flitschen ne das hat nicht geklappt ok ok das muss man hier aus machen auch nicht ich gehe erstmal hier rüber ich gehe erstmal hier rüber ich gehe erstmal hier rüber damit das auch damit das auch und da bin ich mehr oder weniger gekommen da runter müssen wir hier ist sonst nichts weiter ja dann kommen wir jetzt hier weiter lang da wo ich die Leute gerade hemmungslos ermordet habe das mache ich gerne so, gebt mir euer Loot hier war nur noch einer da runter gefallen als ich den erschossen hätte naja dann sah ich es so da hab ich es doch gerade schon blinken nein 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 blinken sehen ich hab' ich fast hier runter geflogen da kann ich schon mal nicht hin da muss ich mich da durchschießen Die Stimme versagt gerade etwas. Ich verspreche es dir, Sam. Hey, sie hat sein Funkgerät. Oh, nee. Sam, lasst sie in Ruhe, ihr verdammte Schweine. Lasst sie sofort in Ruhe. Echt mal, mit Drohnen durchs Funkgerät, das ist das Beste, was man machen kann. Sag ihnen noch, dass du sie alle tötest. Jeden Einzelnen. Erstmal gucken wir hier drin noch, ob hier noch irgendwas Feines ist. Ich brauche wieder rüberspringen. Da ist doch was. Können wir nichts mit anfangen. Oben. Alles voll. Dann hören wir doch erstmal dazu. Kriegsführung. Und die Königin ist wie eine Mutter zu mir. Warn, fürsorglich, liebend. Doch es fühlt sich falsch an, wie eine Art Schauspiel. Auch die anderen Priesterinnen sind beunruhigt. Einige fühlen dasselbe wie ich. Vielleicht sogar alle. Aber warum? Wovor haben wir Angst? Das kann ich nicht sagen. Aber ich werde es bestimmt noch rausfinden. Komm mal rauf. Ja, und da ist nichts mehr. Da oben noch was innen. Nicht so aus. Spring. Wobei, das war total doof. Ich hätte noch da rüber gekonnt. Vielleicht. Oder? Kommt man da noch drauf? Eventuell. Ich mache das nochmal kurz. Ja, da ist nichts. Ja. Da komme ich nicht dran. Hier kann ich auch nicht weiter als dorthin. Ich bin doch... Ich habe mich doch hier vorhin irgendwo reingeschossen. Da. Okay. Gut. Dann muss ich jetzt wohl wirklich hier lang. Ich bin voller Waffen. Das ist ja unglaublich. Ja. Dann wollen wir mal da lang. Das war nicht so schlau, was ich gemacht habe. Ich werde wahrscheinlich in die Luft springen können. Also bás- Dann müssen wir mal aufruft werden. Ja. Nee. 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 Momentan brauche ich wahrscheinlich wieder Pfeile? Okay, ja. So, dann ab aufs Schiff hier. Mal gucken, dass es jetzt noch gut ausgehen wird. Da sind noch welche. Hilfe! Das ist der andere hin. Oh, oh, wo, 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 wo? Oh, 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 oh. Schweinemöp. Braucht wieder Pfeile? Geht es hier weiter oben lang gekommen? Kann ich eh nicht mehr. Egal. Ach, gluten. So, mein Kücher ist wieder voll. Was haben wir hier Feines? Schau mal hier, was ich hier cooles hätte machen können. Und wenn die überrollt wurden von den scheiß Fächern. Schade. Naja. Kann ich alles haben. Wenn ich das Spiel in 5 Jahren wieder spiele, dann kann ich mir das ja merken. So, jetzt müssen wir da durch. Ach du Scheiße. Ja, richtig clever. Okay. Ja. 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 Oh nö. Komm nicht rein. Oh Scheiße. Okay. Oh. 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 Das war knapp. Das hätte ich wahrscheinlich aufgeschmissen worden. Toll. Oh Gott. Das sieht man ja kaum. Alter Falter. Tja, das war's, Laura. Okay, na dann. Man erkennt das kaum. War ich hier nicht gerade schon? Nee. Oh Gott. Schön. Das sieht nicht ungefährlich aus. Voll schön. Nein, voll schön. Das ist ja toll. Oh Gott. Ach schön, jetzt muss ich hier auch noch langfliegen. Boah, dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Okay, noch geht das. Ah! Schneidet sie sich gerade selbst los? Was passiert hier? Das kann doch kein Mensch überleben. So, jetzt hast du ein bisschen Bauchweh oder was? Oh, mein Mäuschlein. Ich hab nur jeden Knochen gebrochen. Aber mein Mäuschlein. Schön, er hängt ja schon wieder so ein Limmel rum. Erster Hilfesystem. Jetzt ist das auf einmal nötig. Wer ist da hinten hin? Oh, man. dern. 불�nad. Oh. Oh. Vielen Dank.